Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Heute mal mit der Huntress, einfach nur weil ich Bock drauf habe, ohne Daily, ohne alles Und auf dem Sumpf, oh mein Gott ich hasse den Sumpf so sehr Sowohl als Killer als auch als Survivor Ich mag die Map einfach nicht, da unten ist die Mac, hallo Mac Was willst du von mir? Schauen wir mal, wenn die da jetzt anfängt zu teabacken und den Affen zu machen Ja, da oben hinterm Baum war auch jemand, habe ich schon gesehen Aha, da war die Flood dead, aber er schäbt trotzdem erstmal die Mac auf Dass da schon mal jemand hängt Servus Ach Leute Ja, mit all seiner Griff kann man so Spielereien schön machen Schauf die Fights damit jetzt auch ihr, ihr, der ist, ja, macht sie Wo ist die hingerannt? Da ist doch jemand am Generator Ach Leute, Leute, was schafft ihr denn? Nein, verdammt Nein, verdammt, oh mein Gott, ich habe die schon viel zu lange mehr gespielt, ich treffe nichts mehr Es ist so lächerlich Dann eben so Auch gut Ja, ich würde die halt gerne mit den Beilen treffen Ich habe die Addons dabei, dass sie langsamer geheilt werden Also zwei Stück Das dauert ultra lange Aber Wenn ich so scheiße treffe Dann eben ohne Beile So Dann gehen wir mal den nächsten suchen Ach, die Mac Hallo, meine Freundin Oh mein Gott, was sind das für komische Leute schon wieder? Mac Alter, nein, wie dumm war das Ey, ich stelle mich gerade an, als hätte ich den Killer noch nie gespielt, ne? Es ist so lächerlich Da haben wir sie doch Und nochmal So Okay, erst ein Generator gemacht Die Mac kriegt das zweite Okay So viel zum Thema Und weiter geht's Ist hier ein Schrank? Da ist ein Schrank Sehr schön So Gehen wir mal weiter suchen Da ist die Glutett Servus Und da ist der Jake Ja, den habe ich auch gesehen Mein Freund Ja, renn doch im Kreis Mir doch egal Ey, wieso treffe ich nicht? Was ist das für eine Scheiße? Dann eben so Ne, 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 ne Ich bin auf dem Sumpf immer so überfordert Der Schilf, der stört mich Echt richtig Muss ich sagen Erstmal Beile holen Jetzt bin ich runter Ah, hallo Jop So, haken Bitte in der Nähe Dass ich direkt zur Glutett kann Ja, sehr schön Ja, sehr schön Da ist die Mac Ja, die Mac geht mir ein bisschen auf den Sack Muss ich sagen So, ich versuche mal jedem hier so einen Schlag mitzugeben Schon allein wegen Tantrophobia Das gefällt mir grad gar nicht, was hier passiert Ne, 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 ne Boah, ne, ich gehe mir nicht auf den Sack Ich gehe lieber davor Beziehungsweise da hoch Ja, die machen kacken Da reißen den Generator her weiter So, da haben wir die doch Das ist hier so eine ganz dubiose Runde mit ganz komischen Leuten Okay, alle verletzt Und die heilen sich durch die Durch die Edons noch langsamer Das sieht aktuell schon ganz gut aus, muss ich sagen Ich hoffe nur, die heilen sich da unten jetzt nicht fertig Bevor ich die Beile habe Nein, nein Das sieht alles noch gut aus Ich höre dich Ich höre dich, Fräulein Ah, guck mal, wer da ist Na, war ja klar Na, war ja klar Egal Wir kriegen die Schau noch Wir kriegen die Schau noch Da mache ich mir gar keine Gedanken Einfach ruhig bleiben Nicht die Fassung verlieren Ja Mach du nur Renn du nur Ja, ich sehe dich Ja, hallo, Meg Ich glaube, ich gehe mir jetzt einfach die Meg holen Dann ist sie tot Da habe ich von der schon mal meine Ruhe Das ist das neue Outfit von der So bauchfrei und so Ups Werden die disconnected jetzt Nein, die lässt sich sterben Okay, ich bin für den Fall nicht zu Ja, Claudette, komm Nein, okay Ach, die gehen mir alle auf den Sack gerade Die erste Runde für heute Noch gar nicht eingespielt Stehen die sich halt da kackendreist mit Absicht an das Drecksfenster Egal Gehen wir mal da rein Holen wir uns die Alte mal Ja, hier ist ja alles so verwinkelt Da da weg Geht es auch nicht so schön Mit Beile schmeißen Aber wir haben sie trotzdem Wäre doch alles gelacht, wenn wir es nicht hinkriegen So, ist hier der Keller? Nein Wow, wo geht es denn hier raus, ey Da geht es raus, sehr schön Da passt es alles sehr gut So, und jetzt gehe ich mal in den Generator da oben zu treten Was machen eigentlich die anderen? So, Beile holen Was machen die anderen? Der ist noch nicht angefangen Da hinten sind die anderen drei Der ist noch nicht angefangen Der ist angefangen Der ist auch schon relativ weit Und da ist auch der Jake weggerannt Guten Tag, mein Freund Die Palette mache ich gleich weg Die machen mir nur Probleme, wenn sie da bleibt Da oben heilt sich jemand? Ah, das ist die Glodette, okay Nein, oder? Ach, keine Ahnung Ist der Jake So, Servus Da haben wir den Den habe ich vorher nett aufgehängt, ne? Den habe ich liegen lassen Okay, da hängt er jetzt das erste Mal So Dann suchen wir mal weiter Der ist noch kaputt Ah, da drin Okay Meine Freunde Okay, die sind alle noch da Guten Tag Guten Tag, guten Tag, guten Tag Wo ist er, da ist er Bleibt doch stehen Das zieht alles nur so unnötig in die Länge Ja, rennen im Kreis 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 Da ist schon die Palette umgewohnt Nein, noch nicht, okay Boah, nervt mich nicht Ich habe ein Leck Ich habe ein Leck Was soll das? Okay Okay Oh, Claude Ey, es ist unfassbar Es ist so fucking unfassbar Was die hier abzieht Ja, 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 ja Okay Dann ist zumindest die Palette weg Alles noch grüne Bereich Immer noch drei Generatoren zu machen Okay, die hat hier keine Palette mehr Da kriege ich sie früher oder später Das war dumm Daneben Egal, jetzt habe ich sie Ach, da ist ja auch die Keller drin Ah, ist ja sehr, sehr geil Das gefällt mir ja sehr gut Da hängt die jetzt auch das zweite Mal Dann wird der Generator hier mal zertreten Das ist der falsche Dann wird der Generator mal zertreten So, der Jake ist immer noch verletzt Wen haben wir dann noch? Wir haben noch eine andere Claudette Es wird mir wesentlich einfacher Leute zu finden Wenn ich weiß Wen ich überhaupt suchen muss So, wie sieht der Generator aus? Noch gar nicht angefangen Okay Wieso habe ich Legs? Was ist da los? Sorry, Claudette So, es geht doch Es geht doch Ja, die ist jetzt tot Ich wollte nicht tunneln Aber die ist halt direkt zu mir gerannt Was soll ich machen, meine Freunde? So Eine Weile Und weiter geht's Okay, da ist ein Rennspur Guck mal, ob wir die noch verfolgen können Nein Egal Naja, der kann nicht weit weg sein Aber die anderen Generatoren jetzt nicht Bleibt ihr einfach kackendreist da dran Hocken und machten weiter Naja, naja, naja Da haben wir die jetzt Wow So, wo ist ein Haken? Da ist ein Haken So Jetzt noch den Jake Ach, die ist ja schon tot Hat die schon zweimal gehangen? Echt? Okay Dann auf zur Luke Ich werde den niemals finden Mit seinen braunen Klamotten Auf der Map Ich weiß auch nicht, wo hier die Luke sein kann Das ist ja gar nett Da ist ein Rennspur Oh, wäre das cool, wenn ich den jetzt noch finde Nur in welche Richtung ist er gelaufen? Theoretisch Hier lang Okay Da vorne ist er Ach, der ist ja noch verletzt Das ist ja ein Träumchen Wo ist denn der jetzt hin? Ey, der will mich verarschen, oder? Da ist er doch Servus So, noch einen Haken finden Da haben wir alle Das war eine ganz komische Runde, ey Das waren ganz komische Leute, glaube ich Ich weiß es nicht Wollen die bestrollen? Oder? Egal Haben wir alle Sehr schön Erfolgreiche Handelsrunde Erfolgreiche erste Runde am Tag Das freut mich Ach, ja G, G, meine Freunde Und ja, ich werde da wahrscheinlich schon eine Folge dranhängen Noch mit irgendeinem anderen Killer Mal gucken Ich weiß ja nicht welchen Das seht ihr gleich Wenn es weitergeht Bis gleich Und da geht die nächste Runde los Und da geht die nächste Runde los Diesmal mit dem Schwein Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt Aber auch Killer Den ich sehr gern mag Und da gucken wir doch mal Was hier jetzt so alles abgeht Da ist ein Generator angefangen Da ist ein Generator angefangen Wird doch dran gearbeitet Guten Tag Wo sind die jetzt hingerannt? Ja, du solltest die Palette auch umschmeißen Wenn du da hockst Naja Land da vielleicht noch Oh, da ist doch direkt ein Haken Fallen Mit Fallen warte ich immer noch ein bisschen So, und weiter geht's Nene, 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 nene Da wird auch dran gearbeitet Hallo Hallo So Sehr schön Ich glaub du kriegst mal ne Falle auf So An den Haken mit dir Sehr schön Da ist der Treiben aktiviert Generator zertreten Und dann wieder dahinter zurück Weil ich vermute mal Dass Die Person abgehängt wurde Und die direkt den Generator weitermachen Mindestens einer Ja Servus Ah, die Nia ist auch da Guten Tag So Um da zu tunneln Geh ich jetzt einfach mal der Nia nach Oh, die ist die Besessenheit Hat die DS dabei Oder ist sie wegen mir besessen Schauen wir mal Ja, komm Spring Wieso habe ich da jetzt festgehanden Wieso Ah, bringt der nix Da hab ich dich Okay, die kriegt auch direkt mal ne Falle auf Für den Fall, dass der DS schafft Und mehr kommt Okay, Generator ist Guildcheck verbockt da hinten Ja, selbstverständlich Warum schmeißt du die Palette um Verstehe ich nicht so ganz Egal Da haben wir sie jetzt Ups Haken auf der anderen Seite So Palette zertreten Dass die weg ist Oh, haben die schon zwei Generatoren gemacht Ich hab nur einen mitgekriegt Aha Guck mal, wer da ist Guck doch mal, wer da ist So Die andere Nia Äh, Fang Ja, das wird jetzt ein bisschen nervig Aber So ist es halt So Ja, bevor ich die jetzt lang Da hinten hab ich sie glaube ich gesehen Nein Ich hab auch ein ganz schön viele Skillchecks Oder ist ja jemand über irgendwas drüber gesprochen Verdammte Scheiße Ich muss da rein Hallo Na, soll die mal rennen Da hinten hab ich noch jemanden jammern gehört Okay Gehen wir doch mal nach Bevor ich jetzt ewig lang Niemanden verfolg Wo ist sie da vorne Okay Nur nicht verlieren Ach, diese scheiß Sackgassen überall Na egal So ist im Kreis rennen So viel wie so will Ist mir egal Ich geh mir jemand anders suchen Der Generator ist noch gar nicht angefangen Okay Boah Schon vier Stück gemacht Okay Die letzten drei sind alle noch nicht angefangen Nee Nee Die sehen mich bestimmt hier rumschleichen Ach, da ist es Ich hab dich gesehen, Fräulein Da ist sie doch Guten Tag So Ja, die rennt hier jetzt auch im Kreis rum Es ist so nervig auf der Map Schmeiß die Palette bitte um Ach, ja Okay Das macht die Sache am Haus aber schon wesentlich angenehm Dass das Ding hier weg ist So, Falle Und Haken suchen Biss hier den Keller Nein So Da hängen wir die da mal auf Und weiter geht's So Soll ich fangen, aber irgendwie Ah doch, da drin haben sie jetzt angefangen Da arbeitet auch jemand dran, okay Servus Und auch mal ne Falle Das sind zwei Leute, die jetzt keine Generatoren machen Da kriege ich ein bisschen Zeit Okay So 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 Das sind zwei Leute, die jetzt keine Ausgänge aufmachen Wenn der den Generator gemacht hat Wieder da hinten an dem Ausgang sein Oh scheiße Und da hinten ist auch mein Totem Mein Nö-Tote So Oh nein, der hat nöt dabei Ja, ich glaube, das sage ich immer Da ist ja doch der Keller Wieso habe ich nicht vorhin hat gesehen So Gehen wir mal dahinter An den Ausgang Okay, wurde schon angefangen Aber unterbrochen Ja, die suchen jetzt wahrscheinlich erstmal das Totem Ich gehe auch mal zum Totem jetzt Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, dass sie das machen Ah, das steht aber gar nicht mal scheiße Ich weiß nicht, ob die Feng das schon gesehen hat Vom Haken aus Lassen die die jetzt sterben Ich gehe mal wieder an den anderen Ausgang Ja, die lassen die dann tatsächlich sterben Der Ausgang ist noch Jetzt offen Da sehe ich jemanden am Ausgang So, hättest du mal besser das Totem in Ruhe gelassen So, die schlage ich raus Genau Das heißt, jetzt lebt vorerst noch die VIA, oder? Nein, doch, die Feng ist gestorben Das heißt, die VIA lebt noch Nur, wo ist die? Hier nicht, okay Ah, ich will jetzt nicht campen Aber die, 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 die Hängt halt jetzt genau zwischen den zwei Ausgängen Ne, 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 ne Wo ist die, Alter? Oder steht die auf der Luke? Die ist verletzt, sehe ich gerade Vielleicht hören wir die noch irgendwo? Ja, da sind jetzt überall die fertigen Generatoren Die sind alle so laut Okay, hier macht es auch nicht weiter Ist die wieder hier im Ausgang? Die hockt 100 Pro auf der Luke drauf Ja, da ist sie tot Sonja Luca oder nicht? Ja, war klar Okay, nur zwei gekriegt Aber es war jetzt keine scheiß Runde Die waren, die waren halt nicht schlecht Mein Gott Kann passieren So, das waren mal wieder zwei Killerrunden Und bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight Haut rein!